Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Sergio Gregory und ich arbeite als Senior Sales Trader bei Iondo Markets. Heute werfen wir wie gewöhnlich einen Blick auf den DAX ganz kurz sowie auf die US-Märkte und anschließend thematisieren wir im Besonderen die Aktien von Apple, von der Wirecard AG sowie von SAP. Und ein ganz kurzer Hinweis noch meinerseits, sämtliche Ausführungen stellen keine direkten Auffahrungen zum Traden dar. Jede Entscheidung zum Traden oder einem Top-Trader zu folgen, obliegt bei den Tradern selber. Und nun geht es auch schon los und zwar werfen wir erstmal einen ganz kurzen Blick auf den DAX. Ja, der deutsche Aktienmarkt hat einiges zu verarbeiten. Die Berichtssaison der Unternehmen nimmt nun auch hierzulande immer mehr Fahrt auf und ein Dauerthema bleibt derweil weiter auf der Agenda. Und dann auch nach der gestrigen Sitzung des britischen Parlaments bleibt die Hängepartie um das Ausscheiden des Landes aus der EU ein Dauerbrenner. Das Parlament in London verlangt Änderungen am Wechselvertrag und beauftragt Premierministerin Theresa May damit mit der EU neue Verhandlungen durchzuführen. Das heißt unterm Strich nichts Neues, was das Ganze angeht, zumal die EU Nachverhandlungen gerade zum besonderen Thema Nordirland stets abgelehnt hatte. Und ja, festhalten kann man, dass ein ungeregelter Austritt des Landes aus der EU am 29. März weiter möglich ist und auch näher rückt. Und ja, der DAX zeigt sich soweit relativ unbeeindruckt. Wir stehen derzeit bei 11.205 Punkten ungefähr. Am Dienstag hatte der Deutsche Light Index bereits bei 11.218 Punkten geschlossen. Und so viel Bewegung ist also nicht passiert zwischenzeitlich und daher werden wir die Berichtsdaten, die jetzt auch insbesondere aus den USA rüberschrappen, am Nachmittag beobachten, da das eben die US-Märkte beeinflussen wird und damit auch den DAX. Dann ganz kurz einen Blick auf den Dow Jones. Der Dow Jones steht soweit außerbörslich bei 24.645 Punkten ungefähr. Während sich die Standardwerte gestern behaupteten, ging es an der Technologiebörse der Nasdaq bergab. Der Light Index Dow Jones gewann um 0,21% und stieg auf 24.579 Punkte. Der bereits aufgestellte S&P-Index gab gestern leicht um 0,1% Punkte nach. Und auch der Nasdaq, auch am Nasdaq verloren, der Composite Index 0,8% und der Auswahlindex Nasdaq 100 1%. Und ja, belastend wirkt sich der Streit um den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei aus, der wegen Technologiediebstahls und Verstoß gegen die Iran-Sanktionen angeklagt wurde. Und Huawei sei schließlich sowohl Konkurrent als auch Zulieferer von US-Unternehmen. Dennoch hofften Anleger darauf, dass die Affäre, die anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits nicht belaste. Schließlich habe sich die US-Regierung positiv zu den Aussichten für eine Einigung geäußert. Und wie bereits erwähnt, erwarten uns heute Nachmittag einige interessante Quartalzahlen, insbesondere von Boeing, McDonald's, Microsoft und Facebook. Und auch der chinesische Online-Händler Alibaba wird seine Zahlen zum dritten Geschäftskartal heute veröffentlichen. Das heißt, was das gar ganz angeht, wird es auch heute ein relativ spannender Tag. Und daher sind alle Augen auf die USA heute gerichtet. Dann war es soweit ganz kurz zu den Märken. Witten wir uns im Speziellen jetzt der Apple-Aktie. Gestern gab es Quartalzahlen von Apple. Und ja, trotz der Belastung durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sendet Apple-Chef Tim Cook Zeichen der Entspannung aus und macht Hoffnung auf einen Neuanfang beim iPhone-Hersteller. Und den Anlegern hat es soweit gefallen. Und zwar im nachbörsischen New Yorker-Handel stieg die Apple-Aktie um 5,7 Prozent, nachdem sie im regulären Handel noch ein Prozent tiefer geschossen hatte. Und Marktexperten zufolge kamen vor allem die Aussagen vom Firmenchef zum Handelskonflikt mit China gut an. Und zwar sagte Cook, er sei optimistisch, dass beide Länder in der Lage sind, ihre Dinge soweit zu regeln. Die Spannungen seien im Januar im Vergleich zum Dezember deutlich weniger geworden. Und ja, Apple litt im wichtigen Weihnachtsgeschäft stark unter der geringen Nachfrage nach iPhones, vor allem in der Volksrepublik China, die inzwischen zum weltgrößten Smartphone-Markt aufgestiegen ist. Und doch war es auch noch eine andere Aussage, die bei den Anlegern ganz gut ankam. Und zwar Cook gab zwar zu, dass die Ergebnisse im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres enttäuschend seien, doch Apple werde stärker denn je aus der Krise hervorgehen. So seine Meinung. Und tatsächlich mehren sich die Stimmen von Experten, die Apple auffordern, sich strategisch breiter aufzustellen. Dies sei zwar etwa durch Zucker vermöglich, was immer ein interessantes Thema ist. Und wie nötig eine neue Strategie ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen des abgelaufenen Quartals. Und zwar wegen den schwächeren iPhone-Verkäufen, wie erwähnt, vor allem in China. Und zwar waren das minus 22 Prozent in China. Fiel der Umsatz zwischen September und dem 29. Dezember um fast 5 Prozent auf 84,3 Milliarden US-Dollar. Und der Gewinn der Aktie legte hingegen um 7,5 Prozent auf 4,18 Dollar zu. Und diese beiden Zahlen lagen leicht über den Erwartungen von den Experten. Entsprechend kam es dann zum Kursanstieg im außerbörslichen Handel. Und düster sieht es dagegen für das laufende Quartal aus. Und zwar hier prognostiziert Apple löse zwischen 55 und 29 Milliarden US-Dollar. Und Analysten hatten mit einem Umsatz von 58,8 Milliarden gerechnet. Und erstmals teilte Apple nicht mit, wie viele iPhones es im abgelaufenen Viertelquartal verkauft hat. Und im Vorjahrszeitraum wanderten noch 77,3 Millionen Geräte über den Laden. Und ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeit ist, dass die Zahlen nicht mehr veröffentlicht werden, das kann man so oder so interpretieren. Auf jeden Fall ist mit einem geringeren Umsatz zu erwarten. Und die Entscheidung, künftig diese Information nicht mehr zu veröffentlichen, sorgte vor allem bei Analysten für viel Kritik. Allerdings publiziert auch Smartphone-Marktführer Samsung, der am Dienstag, am Donnerstag ebenfalls Zahlen veröffentlichen wird, seine Verkaufszahlen nicht. Und von daher ist Apple hier nicht alleine. Und um die Nachfrage anzukoppeln, erwägt Apple nun in einigen Märkten iPhones zu lokalen Preisen anzubieten, statt sich wie bisher vom Preis in Urst oder Leiden zu lassen. Vor allem da, wo sich Apple im vergangenen Jahr schwer getan habe, seien die Steigerungen bei den iPhone-Preisen aufgrund der Währungseffekte stärker ausgefallen. Und um die Schwächen im iPhone-Geschäft auszugleichen, setzt Apple verstärkt auf Dienstleistungen wie eben das Musik-Streaming-Angebot Apple Music. Und das auch mit Erfolg. Der Umsatz aus diesen Bereichen habe im abgelaufenen Quartal bei 10,8 Milliarden Dollar gelegen. Und das entspricht einem Plus von 19 Prozent. Und bis 2020 soll das Geschäft ein Volumen von sogar 50 Milliarden erreichen. Und Experten erwarten, dass Apple in den nächsten drei Jahren sein Wachstum aus dem Service-Bereich ziehen dürfte, bis das nächste große Hardware-Produkt etwa eine Brille für Augmented Reality im Archive-Style. Und es sei denn, der Konzern setzt seine 200 Milliarden Dollar schweren Cash-Reserve für Zukäufe ein. Und ja, auf jeden Fall spannende Zeiten für Apple, sei es eben durch gegebenenfalls einen Zukauf oder eben durch das Wachstum im Dienstleistungsbereich. Auch wenn die iPhone-Verkäufer soweit nachgelassen haben, aufgrund des Handelskonflikts ist weiterhin mit Wachstum zu rechnen. Und ja, die Apple-Axie, die können Sie hier, also die steht jetzt bei 154,33 US-Dollar beziehungsweise 154,65 US-Dollar bei einem Kauf. Die können Sie hier bei uns auf CFD-Basis handeln. Entsprechend sich Long positionieren, wenn Sie der Meinung sind, dass Apple die Erfolgsgeschichte weiterschreibt oder eben verkaufen, wenn Sie die Meinung sind, dass die Apple-Axie überbewertet ist und dass der Wachstumskurs nicht mehr weiter vorgerissen werden kann. Und ja, das war es dann auch schon soweit zum Thema Apple. Widmen wir uns als nächstes der Wirecard-Axie. Und zwar, ja, Wirecard wächst und wächst ebenfalls soweit. Vorstandschef Markus Braun hatte bereits Anfang des Jahres den guten Lauf des Unternehmens bekräftigt. Nun folgt die Bestätigung. Und zwar hatten die Anleger an und für sich unabhängig davon trotzdem bessere Zahlen erwartet. Die Wirecard-Axie haben am Morgen noch überraschend, nach überraschend vorgelegten Eckdaten etwas am Boden verloren. Die zuletzt gut gelaufenen Papiere verloren auf der Handelsplattform Tradegate zum Beispiel bis zu 0,6 Prozent und im Vergleich zum letzten Quederschluss. Und Händler stuften die Leistungsverluste eher als eine Reaktion auf die zuletzt deutlichen Kursgewinne, denn auf die Zahlen ein. Und diese hatten im Rahmen der Erwartung gelegen. Und die Aktie des Zahlungsdienstleisters hatte in diesem Jahr bereits um 26 Prozent zugelegt. Und das können wir uns mal anschauen. Genau, man sieht es hier relativ deutlich. Anfang Januar standen wir hier noch bei ungefähr 130 Euro und jetzt sind wir schon bei 165 Euro. Aber die waren der jüngeren Vergangenheit auch höher. Wie man hier deutlich sehen kann, der Allzeithoch, der war schon bei über 189. Auf jeden Fall hat sich die Aktie soweit gut im Januar erholt. Und seit dem Zwischentief im vergangenen November, in Folge der Schwäche von Tech-Werten weltweit und der ersten Neusortierung seitens der Investoren nach dem DAX-Aufstieg Wirecard im September, summiert sich das Plus sogar auf fast 35 Prozent. Und von dem Höchstkurs kurz vor dem Aufstieg in den DAX in Höhe von 199 ist das Papier aber noch weiter entfernt. Und im Schlussquartal hat Wirecard Umsatz und Gewinn zweistellig gesteigert. Der vorläufige konsolidierte Umsatz kletterte um 36 Prozent auf 637 Millionen Euro. Das EBTA stieg vorläufigen Zahlen zufolge um rund 37 Prozent auf 172 Millionen Euro. Und Analysten hatten im Mittel in etwa mit diesen Werten gerechnet. Und ja, der Vorstand bestätigt sein Ziel im laufenden Geschäftsjahr beim EBTA zwischen 740 Millionen und 800 Millionen Euro zu landen. Und 2018 sprang das EBTA, das DAX-Konzern, bei München um 38 Prozent auf 586 Millionen Euro. Und die detaillierten Ergebnisse legt Wirecard am 4. April vor. Und ja, die US-Investmentbank Goldman Sachs zum Beispiel hat derweil das Kursziel 4 Wirecard von 250 Euro auf 230 Euro gesenkt. Die Aktie des Zahlenabwicklers arbeiten weiterhin auf der Conviction-Buy-List belassen. Und das neue Kursziel basiere eben auf Schätzungen für das Jahr 2020. Das heißt, wenn man sich den aktuellen Preis anschaut, wir sind jetzt mal 165 ungefähr, und das Kursziel laut Goldman Sachs oder der Meinung nach liegt bei 230 Euro bis 2020. Da ist auf jeden Fall weiterhin Aufwärtspotenzial vorhanden, gemäß Goldman Sachs. Und ja, Wirecard können Sie entsprechend auch auf unserer Plattform problemlos handeln, entweder kaufen oder verkaufen. Das Ganze obliegt dann bei Ihnen. Dann widmen wir uns zu guter Letzt dann der SAP AG. Ja, die SAP AG, der wertvollste DAX-Konzern, hat im vierten Quartal seine Erlöse aus dem Cloud-Geschäft um ein Drittel gesteigert. Allerdings ist die Marge nur geringfügig gestiegen und das hat Anleger eher enttäuscht. Und ja, die SAP AG hier verlor knapp 3% und war entsprechend DAX lustig vor wenigen Tagen, als die Zahlen veröffentlicht wurden. Und tatsächlich hat SAP trotz rasant wachsenden Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft die Profitabilität kaum steigern können. Und die Ausrichtung auf Softwareprogramme zur Miete aus dem Internet hatte den Konzern lange viel Geld gekostet. Im vergangenen Jahr sollte die operative Marge aber erstmals seit 2013 wieder zulegen. Und nominell sei die Marge des umsonstereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern auch um 0,1 Prozentpunkte auf 29% gestiegen. Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Zuwachs, wie erwähnt, der Marge gerechnet. Unter gleichen Bedingungen wie im Vorjahr sei die Marge aber konstant geblieben. Und unter anderem die hohen Inflationsraten, die den südamerikanischen Ländern Venezuela und Argentinien vornehmlich belassen, war eben ein Problem für SAP. Im traditionell starken Schlussquartal machte SAP dank starker Lizenzverkäufe viel Boden gut. Und die SAP hat 2018 alle Produkte nur noch soweit erfüllt oder übertroffen, obwohl diese eben auch mehrfach angehoben wurden. Und das bereinigte operative Ergebnis gelächterte 2018 im Jahresvergleich um 6% auf 7,17 Milliarden und der Umsatz legte um 5% zu. Und unterm Strich stieg der Gewinn um 1% auf 4,09 Milliarden Euro geringer, unter anderem weil SAP mehr Steuern zahlen musste. Und damit hat die SAP die Erwartungen der Analysten soweit leicht übertroffen. Sie hatten mit einem Überschuss von etwas weniger als 4 Milliarden gerechnet, nachdem dieser Wert 2017 noch knapp darüber gelegen hatte. Und auch im laufenden Jahr strebt SAP dank der Software zur Miete aus dem Internet weiter kräftiges Wachstum an. Der Auftragseingang habe im Gesamtjahr 2018 erstmals 10 Milliarden Euro übertroffen. Und durch diese ausgezeichnete Geschäftsentwicklung ist SAP bestens aufgestellt. So jedenfalls die Meinung von Finanzchef Luca Mukic. Und ja, das Unternehmen erwartet in diesem Jahr die Erlöse aus Cloud-Abonnenten und Support um bis zu 9,30% und die Cloud- und Softwareerlöse um bis zu 10% zu steigern. Und das Betriebsergebnis dürfte um bis zu 1,5% wachsen, stärker als die Umsatzerlöse. Und für 2023 hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Cloud-Erlöse zu verdreimachen, sodass sich die Gesamtumsätze auf über 35 Milliarden Euro steigern sollen. Und ja, auch SAP können Sie hier bei uns handeln. Das Cloud-Geschäft ist ein attraktives Geschäft. Auch die großen amerikanischen Anbieter wie Microsoft, wie Amazon oder Google sind da fleißig aktiv. Und mit dem deutschen und Traditionsunternehmen SAP ist auch ein deutsches Unternehmen mit dabei und versucht sich eben einen großen Teil des Kuchens, das Cloud-Geschäft jetzt zu sichern. Und entsprechend können Sie sich hier aufstellen, was die SAP-Aktie angeht. Und derzeit sind wir bei einem Kurs von 89,6 Euro ungefähr, beziehungsweise 89,8 Euro. Und können hier entsprechend zulegen. Ansonsten widmen wir uns wie gewöhnlich traditionell einem Signalgeber aus dem Social-Trading-Bereich. Und zwar widmen wir uns heute dem Signalgeber Sonnenlicht. Und Sonnenlicht ist bei uns seit dem Jahr, seit Juli, Sommer 2016 dabei, ist auf der höchsten Karriere-Level angelangt, ist ein institutionaler Top-Trader, ist aber kein Echtgeld-Signalgeber, sondern nur Anführungsstrichen ein virtueller Signalgeber. Aber dadurch, dass er eben schon ja gut zweieinhalb Jahre bei uns dabei ist und seine Performance soweit so gut ausschaut, ist es auf jeden Fall ein Top-Trader, den man vorstellen kann. Und zwar sieht man hier ganz gut die Performance in den letzten Jahren, also 27% 2016, 18% 17, 9% 2018. Soweit erzielt noch dieses Jahr schon einen minimalen Gewinn erzielt, trotz der volatilen Wochen. Und er hat auch einen relativ mittleren Risikoscore von 5, was ganz okay ist. Ja, 1 bis 4 wäre ein niedriger Risiko, ab 5 ist ein mittlerer Risikoscore. Und er hat soweit ja auf ungefähr 70% seiner ungefähr 800 Trades einen Gewinn abgeschlossen. Das Ganze eben mit einer Volatilität von 7% und einem Maximum Drawdown von 20%. Und hier sieht man seinen Performance verglichen mit der Benchmark, in dem Fall ist das hier der DAX. Und das sieht auf den ersten Blick doch ziemlich erfreulich aus. Und ja, was handelt er soweit? Er handelt überwiegend oder mehrheitlich den DAX, beziehungsweise überwiegend Indizes, den Dow Jones ebenfalls. Und er mischt ein paar Währungen mit dabei, wie Euro-Ost-Dollar oder Euro-Yen, wie US-Dollar-Yen oder British Fund, US-Dollar, aber auch Rohstoffe wie Gold und Öl sind mit dabei. Und derzeit sind keine Positionen offen, wie man sehen kann. Und Transaktionshistorie kann man dann entsprechend das alles nachvollziehen. Man sieht relativ deutlich, dass er nicht allzu häufig tradet, wenn man hier sich die Sache anschaut. Er hat jetzt in diesem Jahr nicht allzu viele Positionen geschlossen und damit auch nicht eröffnet. Unabhängig davon ist es aber trotzdem ein Signalgeber, der bei uns regelmäßig aktiv ist. Von daher können Sie sich ihn gerne mal anschauen. Vielleicht sagt er Ihnen zu, Sie können ihn gerne auch zum Beispiel runtergewichten in Ihrem Portfolio, weil es eben ein virtueller Signalgeber ist und kein Echtgeld-Signalgeber. Da können Sie entsprechend folgen, aber auch gleichzeitig untergewichten, um ein bisschen das Risiko rauszunehmen. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist er schon bei uns seit zweieinhalb Jahren dabei und wenn man sich hier auch die Performance anschaut, die auf die Monate runtergebrochen sind, dann sieht das ja alles ganz gut aus, mehr als passabel aus. Und ja, können Sie sich ja entsprechend im Detail anschauen. Sonnenlicht ist sein Name und vielleicht sagt er Ihnen soweit so zu. Ansonsten haben Sie irgendwelche Fragen. Dann würde ich Sie bitten, die einfach im Chatfenster zu stellen. Okay, es scheint keine Fragen zu geben. Dann, falls Sie doch noch Fragen haben sollten, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren unter der Rufnummer 06996759007 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an service-at-a-jando.com. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ansonsten war es im Grunde genommen von meiner Seite. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag und vor allem viel Erfolg beim Handeln. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020